So, dann noch das Nägelchen, da haben wir's schon schön langsam. Halt, so geht's nicht. Dann muss man gleich mal holen. Hauen wir gleich. Jetzt haben wir's. Jetzt, so geht's. So geht's auch nicht. Hört Gott. Irgendwie hat der Mensch zu wenig Hände. Das hat der liebe Gott nicht zu Ende getaut. Naja, gut, ich mag's nicht gern, aber dann muss ich halt das Flaschen schnell verschwinden lassen. So geht's, so geht's. Jetzt, schauen wir mal. So. Jetzt. Ja, großartig. Oh, mein. Der Da Vinci hätt's nicht besser hingekriegt. Ist das was Wunderbares zu sagen. Ich sag, wie an mir ist ein Innentelo gehalten. Innentekaradlöke. Innen. So ein Innenting ist an mir verloren gegangen. Das ist ja wunderschön, wie es echte Oktoberfest geht. Bloß noch schöner. Vor allem, weil da keiner in den Maus gerügt, ne ich späbt. Und das Allerschönste, schaut's mal her. Damit man keinen Hunger leiden muss. Hunger, Hunger leiden. Verstehen Sie mich? Weil im Bayern sagt man doch, dass das Bier ein Grundnahrungsmittel ist. Hunger leiden. Sehr gut. Und da hab ich auch noch etwas sehr Interessantes. Ne, was schaut's mal her. Zack. So, dann schauen wir mal. So. Hatschi! Heilgott, Sakrament! Sogar ein original Oktoberfest-Erkältungsvirus hab ich mal eingefuckt. Geil, Tänzi? Da musst du ein bissel aufpassen, dass du dich nicht erkältest, weil es zieht im Riesengebirge. Ich darf das. Tänzi und ich, wir kennen uns schon 40 Jahre. Tänzi, all die Hütten. Oh mein Gott, es ist schon ein schönes Privat-Oktoberfest. Vor allem, weil man muss mir nicht die Musik von den Gabayer- und Ötzi-Arschlichen anhören. Immer meine Lieblingsmusik. Immer. Jetzt pass auf. Das ist meine Lieblingsmusik. Ein Prostet, ein Prostet, der gemütlich... Ein Prostet, der gemütlich... Das ist meine Lieblingsmusik. Das ist meine Lieblingsmusik. Das ist meine Lieblingsmusik. Die Lieblingsmusik. Vielen Dank.